Seven vs. White, Staffel 4, Folge 11. Spoiler. Guck mal, ich mag gerade so ein riesiges Seven vs. White-Bild. Aber verrate ich noch nicht, was da drauf passiert. Die Folge war aber wirklich mal jetzt ein bisschen slower gepaced. Nicht mal Fritz Meinecke hat nachts Post verteilt. Das ist eigentlich echte Highlight in jeder Folge. Sandra wurde abgeholt und auch wieder Code Yellow und der Hubschrauber kommt. Das muss ja irgendwas mit der Tageszeit zu tun haben. Dass der Hubschrauber nachts einfach nicht fliegt. Dass der Pilot nachts besoffen ist, keinen Bock hat zu fliegen. Ich habe noch keinen Behind-the-Scenes gesehen. Das würde mich mal interessieren. Ja, Sandra ist raus. Ich finde, es ist sehr nett gemeint, dass sie die unterstützen will. Indem die jetzt weiter nichts isst, die nächsten sechs Tage. Aber es ist doch sinnlos. Also, naja. Ich muss es selber wissen. Joe geht mir immer mehr auf den Sack. Es wird wirklich von Folge zu Folge schlimmer. Ich meine irgendwie... Das Ding mit dem Koffer. Der Jagdkoffer. Uwe sagt halt, naja, ich kann nicht vielleicht da wieder hingehen. Ich fühle mich heute nicht so geil. Und Joe Vogel entscheidet einfach... Oh, du sagst, wir holen dir nicht. Das ist eh Quatsch. Ich so, hä? Also... Da legt euch doch einfach gleich ins Gras und macht gar nichts mehr. Also, mir fehlt so ein bisschen auch... Mir fehlt so ein bisschen mittlerweile Entertainment-Attitüde. Joe Vogel, der ist halt... Also, wie gesagt, der nervt auch. Und der ist aber auch einfach kein Entertainer. Also, manchmal habe ich das Gefühl, der vergisst, dass die da in einem Format sind, was uns auch unterhalten soll. Natürlich holen die den scheiß Koffer. Was ist denn das für eine Diskussion? Er macht es natürlich auch. Aber er filmst es halt nicht mal. Wie geil waren immer die Heldenreisen mit Hugo und Uwe oder Uwe auch alleine. Und Joe Vogel, ich hole jetzt den Koffer, aber da ist eh nichts Interessantes drin. Er ist auch ein sehr negativer Mensch. Also, er hat auch recht, natürlich. Aber trotzdem. Gerade Julia, die wollte ja unbedingt, dass sie den Koffer holen. Die hatte da auch Bock. Und die wird dann so ein bisschen abgewatscht. Und das ist nicht besonders motivierend. Also, ich glaube, die... Das wird noch schwierig jetzt für die, wenn die einfach dann niemanden mehr hat, der die auch so ein bisschen mitmotiviert. Nur mit Joey Kelly und Joe Vogel. Uwe ist noch da. Ist das, glaube ich, echt anstrengend, die ganze Nummer. Also, noch anstrengender als sowieso schon. Naja. Shelterbau geht voran. Ich hoffe einfach, dass jetzt das noch richtig Scheißwetter wird. Ansonsten könnte das echt dröge werden. Es sei denn, Joe Vogel erschießt aus Versehen irgendwie noch einen mit einem Pfeil und Bogen. Dann käme noch mal ein bisschen Action rein. Aber ich denke auch, selbst wenn Joe Vogel irgendwie Joey Kelly aus Versehen durch den Hals schießt mit Pfeil und Bogen, die rufen Cold Yellow für Zweige gekommen sind mit der Schubkarre an und trägt den dann da raus oder so. Naja, warte mal ab. Die ominöse Schlechtwetterfreund, die wird das hoffentlich zum Schluss noch ein bisschen nochmal, dass nochmal Fahrt aufkommt. Also, ich glaube, es wird das hoffentlich zum Schluss noch ein bisschen gegründet.